Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch zu einer extra langen Besprechung, sehr wahrscheinlich, zu Dune. Ich bin es Du und heute habe ich mir zwei erfahrene Wüstenkrieger eingeladen, die den Film auch schon vorbesehen konnten. Nämlich einmal den Patrick. Hallo Patrick. Für Sparta. Falscher Film Patrick, trotzdem danke. Und den Timo. Hallo Timo. Moin Moin. Ja ihr Lieben, Dune ist wahrscheinlich so aktuell der heißeste Science-Fiction-Scheiß auf dem Planeten. Worum es aber in Dune geht, das kann uns der Timo jetzt mal kurz erklären. Es geht um eine sehr, sehr entfernte Zukunft und in dieser Zukunft übernimmt der Herzog Leto Atredis die Verwaltung dieses Wüstenplaneten Arrakis, den kennt man auch als Dune oder Dune. Und dort soll er das sogenannte Spice abbauen. Das ist eine Substanz und mit die wertvollste im ganzen Universum. Das ist eine Droge, die kann das Leben verlängern, das führt zu übermenschlichen Fähigkeiten und, das ist das Wichtigste, es ermöglicht die Navigation durch das Universum. Und obwohl das Ganze sehr, sehr kompliziert anmutet, für Leto ist es so, dass er gemeinsam mit seiner Konkubine und seinem Sohn Paul das Ganze annimmt und diesen Heimatplaneten Kaladan verlässt. Ab dem Moment entwickelt sich dieser Plot und das ist die kurze, spoilerfreie Synopsis. Vielen Dank. Inszeniert wurde Dune von Dini Villeneuve, der ja Science-Fiction-Fans bereits mit Blade Runner 2049 oder auch Arrival gezeigt hat, dass er in dem Genre durchaus was leisten kann. Und ja, jetzt ist Dune endlich da. Wie steht ihr denn zur Dune-Welt, zur Vorlage? Seid ihr Fans oder seid ihr total bläuerkig da reingegangen? Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ich kenne noch diesen alten David-Lynch-Fan, ich kenne auch wirklich diese tragische Vorgeschichte bei dem ganzen Gescheiterten und ich hab, weil mir der Roman ein bisschen zu langatmig war, dann eher die Graphic-Novel-Adaption, also die Comic-Adaption im Vorfeld gelesen. Timo, jetzt enttäusch mich nicht, du bist doch bestimmt der absolute Dune-Crack hier, oder? Absolut gar nicht. Ich hab weder den Lynch-Film gesehen, noch das Buch gelesen. Ich hab auch versucht im Vorwege nicht das Hörbuch nochmal anzufangen oder sonstige Geschichten. Ich wollte auch tatsächlich sehr, sehr blank in diesen Film reingehen. Den Witz im Vorgespräch lassen wir jetzt hier weg. Und ja, dementsprechend, ich bin auch ein Dune-Lie und muss aber sagen, dass das dem Film keinen Genussabbruch getan hat, wenn man das so sagen darf. Ja, bei mir ist es so, ich kenne den Lynch-Film, ich hab mal in diese 2000er-Serie reingeguckt, aber nur mal sporadisch. Ich hab kein einziges der Bücher gelesen, es gibt ja mehrere. Ich habe mir nach der Sichtung des Films bei Amazon das Buch bestellt, das ist heute angekommen. Das werden interessante 800 Seiten sein, mal gucken, ob ich es schaffe, das zu lesen. Und ja, diese ganze Vorgeschichte zu den anderen Dune-Projekten, da sag ich einfach nur, schaut euch diese Dokumentation an, Dune, oder ne, Alexander Jodorowskis Dune, wahrscheinlich mit einer der besten Filmdokumentationen, die es gibt. Da erfahrt ihr so viel mehr und so viel besser alles über diese gescheiterten Projekte, als wir es jetzt hier zusammenfassen können, denn wir wollen uns jetzt um den neuen Dune kümmern. Ja, wo soll man anfangen? Habt ihr euch auf den Film gefreut? Wart ihr gespannt? Und wenn ja, warum? Timo, bitte erklär's. Ich war gespannt, hatte auch Lust auf den Film, hatte aber die angenehme Situation, dass ich ihn oder dem Hype nicht so erlegen bin, wie es viele in der Film-Bubble sind. Und bin glücklich und froh auch mit dieser, ja wie soll man das sagen, es war schon eine gewisse Erwartungshaltung, ob der Beteiligten, also Villeneuve, dann haben wir ja auch beim Skript, beziehungsweise beim Screenplay mit Eric Roth und mit John Spates, zwei Namen, die auf jeden Fall uns in der Bubble auch bekannt sind, mal mehr oder mal weniger gut, aber gerade bei Eric Roth doch sicher in guter Erinnerung. Zum Beispiel einen meiner Lieblingsfilme geschrieben, Insider von Michael Mann, um so ein bisschen den Film auch mal wieder hier reinzubringen. Und du sagtest das ja schon, Dune ist für mich sozusagen auch nicht nur der heißeste Scheiß im Sci-Fi, sondern ich glaube, es ist der heißeste Scheiß dieses Kinojahres und darauf fiebert eine ganze Branche ein bisschen hin. Neben den diversen Marvel-Sequels, Prequels und neuen Gestalten, die da performen sollen, hat Dune wieder so eine Last auf sich, ähnlich wie Tenet letztes Jahr. Ja, und ich fürchte ein bisschen, dass dieser Film oder dass dem Film diese Last nicht gut tut. Patrick, bist du mit großer Vorfreude in die Presseaufführung gegangen oder war es bei dir mehr so, ach, ich habe gerade eh Zeit, also gucke ich es mal mal an? Ich mag Danny Villeneuve tatsächlich sehr. Ich finde auch im Gegensatz zum Beispiel zu Christopher Nolan, er schafft es auch eine gewisse Emotionalität, in seine Filme reinzubringen, was Nolan eben nicht immer gelingt. Und ich mag sehr Blade Runner 2049 und Arrival, finde ich auch klasse. Also für mich war es wirklich der Most Wanted, weil ich eben Villeneuves Bildsprache mag und wie er die Atmosphäre in seinen Filmen auskostet. Ich will nicht sagen, dass ich mich auf den Film gefreut habe, aber ich war gespannt. Ich bin so mit der Erwartung reingegangen, wenn er gut wird, wird er gut, wenn er schlecht wird, wird er schlecht, davon geht die Welt nicht unter. Aber ich sehe das auch wie Timo, dass Dune, ja, es tut mir halt leid für den Film, es ist so der Tenet diesjährigen Jahres und jetzt habe ich ihn gesehen und ich kann so viel sagen, das ist nämlich vorweg, ich fand ihn klasse. Aber es ist unfair, dass jetzt wieder dieser Film so ein bisschen jetzt so das Schicksal der Kinos schultern soll, das ist mal ganz pathetisch auszudrücken. Und ich glaube auch, dass Dune ganz, ganz viele vom Kopf stoßen wird. Aber ich hatte wirklich da eine großartige Zeit, denn ich war dank des Films zweieinhalb Stunden in einer komplett anderen Welt, die mich komplett aufgesungen hat, die mich komplett gefangen genommen hat, aus der ich auch irgendwie nicht so richtig raus wollte nach dem Ende. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele wahrscheinlich stark kritisieren werden. Dune ist halt einfach der erste Teil. Das sieht man schon alleine, wenn der Film anfängt und der Titel steht da, das steht unter dem Titel Part One. Und wenn der Film zu Ende ist, keine Sorge, wir werden die nicht spoilern, kommt man auch nicht mit diesem Gefühl raus, okay, ich habe hier eine Geschichte zu Ende erlebt, sondern man hat so das Gefühl, okay, danke für das erste Kapitel, jetzt will ich aber auch das zweite sehen. Hat mich so ein bisschen an das Ende von Herderingen, die Gefährten erinnert. Timo, ging es dir da ähnlich? Absolut. Also ich habe das auch bei Twitter gleich nach der Pressevorführung geschrieben und auch in einem kleinen Video gepostet. Ich habe so wahnsinnig Lust, da jetzt richtig noch mehr einzutauchen und das ist nicht so, dass man jetzt an der Oberfläche gekratzt hätte in diesen zweieinhalb Stunden. Aber ich habe so echt das Gefühl, ich habe so den ersten Akt von einem Mehrakt da gesehen und ich will jetzt echt schnell mehr. Und die große Angst, die ich habe, ist, dass ich A, nicht so schnell und B, eventuell sogar gar nicht mehr kriege. Denn, machen wir uns nichts vor, der Film ist jetzt auch alles andere als Sci-Fi-Fan zugänglich, wenn man kein Fan ist. Also wenn man ein normaler, in Anführungsstrichen, Kinogänger ist. Wir in der Film-Bubble wissen, mit Dune was anzufangen. Wir wissen aufgrund der Bestandteil, also Besetzung, Regie, Screenplay, sind alles Top-Zutaten. Können, also ist auch ein bisschen too big to fail. Und da muss man auch echt Warner eigentlich auf die Fresse hauen dafür, dass sie es selber sich auch so schwierig machen, indem sie sagen, ja, 2021 ist ein besonderes Jahr. Und wir wollen unseren Streaming-Dienst HBO Max so pushen in den Staaten und wo er weltweit schon möglich und verfügbar ist, dass wir halt sagen, parallel zum Kinostart bringen wir den auch auf unseren Streaming-Dienst. Und die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit, Suicide Squad, Klammer auf, Klammer zu, die zeigt ja, dass das dem Film und dem Kino nicht gut tut. Wir kommen da bestimmt nochmal später drauf. Aber wenn man diesen Film auch nur mal gucken will, sollte man das bitte im Kino tun. Ich habe leider auch ein bisschen Angst, dass wir dieses zweite Kapitel nicht wirklich zu Gesicht bekommen werden. Wir haben wirklich viel geboten bekommen, aber der normale Mainstream, der wird sich wirklich ein bisschen stören, dass der Film gemächlicher anfängt, dass der eben nicht so dieses schnelle Pacing hat. Und die jüngste Vergangenheit hat auch mit Shang-Chi bewiesen, da hat sich das nicht mal versucht. Och, wir bringen jetzt mal einen Film direkt nur ins Kino raus, dass das auch Früchte tragen kann. Also, da hat ausgerechnet Marvel mal so das Gegenbeispiel geliefert. Ja, wobei ich da sagen muss, Marvel ist ja schon eine eigene Marke. Ja. Also, das hat Dune jetzt nicht. Aber Shang-Chi war nicht die eigene Marke. Nee, aber das ist ein Marvel-Film. Und ich finde, Marvel-Filme sind jetzt schon an sich eine eigene Marke. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis sehr viele Leute, die wissen nicht, worum es geht. Die sehen nur Marvel und gehen rein. Weil die wissen, okay, wir bekommen was geboten, was wir jetzt, was wir genau das, was wir wollen. Und ich muss ein bisschen widersprechen bei der Gemächlichkeit. Ja, Dune ist jetzt kein schneller Film, es ist ein durchaus entschleunigter Film. Aber gerade, wenn ich ihn jetzt vergleiche mit Villeneuve's Blade Runner 2, 2049, finde ich, hat Dune ein sehr angenehmes Pacing. Ich fand diese zweieinhalb Stunden nicht kurzweilig, aber auch nicht langatmig. Ich fand den sehr angenehm zum Gucken, tatsächlich. Bin ich genau bei dir. Da habe ich auch gemeint, dass der Villeneuve wirklich seine Atmosphäre auskostet. Der denkt sich schon etwas dabei, wenn er gewisse Anstellungen länger hält. Und zum Beispiel die Trostlosigkeit von einer Wüste zu zeigen. Ja, also ich bin auch voll bei Stu. Ich finde den unheimlich, trotz seiner Länge, finde ich nicht lang. Und ich habe in den letzten Tagen nochmal Blade Runner 2049 gesehen und ich komme nicht weiter, weil ich immer wieder Pause machen muss. Der ist nämlich im Vergleich zu Arrival und dem hier besprochenen Dune wirklich deutlich zäh, wie ich finde. Und das Hochachtung, weil das ist kein leichtes Unterfangen, vermute ich zumindest, ohne den Roman gelesen zu haben, der ja doch nun lange Zeit als unverfilmbar galt. Drei Euro ins Film Phrasenschwein, dass der das so hinkriegt und jeder, also über die Besetzung werden wir ja noch sprechen, aber dass jede halbwegs relevante Figur Fleisch an Knochen hat, sage ich ja immer. Die Floskel kann auch keiner mehr hören. Aber es ist wirklich so, dass du nicht das Gefühl hast, also da hätte ich jetzt aber ein bisschen mehr gebaut und den hätte ich jetzt noch, also da brauche ich noch zwei Szenen mehr und dann habe ich den Charakter auch begriffen. Nee, ich komme und wie gesagt, keine Romanvorlage lesen, gar nichts. Ähnlich übrigens wie bei Herr der Ringe. Ich kann mit dem Film total viel anfangen und habe total Bock weiter in diese Welt, in diese Mythologie auch einzutauchen. Und ich finde es eine coole Kombination aus halt Psy-Phy und auch Fantasy-Elementen, das muss ich wirklich sagen. Man hat, auch wenn das am Anfang wirklich ein bisschen gemächlicher wirkt, hat man diese Zeit in das Worldbuilding investiert und quasi nicht nur die Familien, die da mit zu tun haben, etabliert, sondern auch manchmal mit mehr oder weniger auch Offtexten dann die Welt quasi schön glaubwürdig eingeführt. Und das gab dann immer darauf auch einen gewissen Callback auf das, was da am Anfang erläutert wurde. Das ist halt einfach eine große Bürde, die der Villeneuve da trägt, weil dieses Buch halt wirklich gigantisch ist und diese ganze Welt, in der er spielt, ist ja wirklich gigantomanisch und so feingliedrig. Und ich finde, dass es da schon so ein paar Momente gibt, wo man merkt, okay, sie müssen jetzt irgendwie diese Exposition unterbringen. Und ich verzeihe es ihnen dann auch, dass sie es dann etwas uneleganter machen, indem der Held einfach so eine Art Hörbuch hört. Aber auch das machen die dann noch ganz geschickt oder zumindest ganz schön untermalen sich dann visuell zumindest. Das ist dann nicht ganz so trocken, wie es bei Kollege Nolan zum Beispiel. Trotz allem muss man ganz klar sagen, Dune hat so ein paar Exposition-Momente, wo ich mir auch dachte, das ginge vielleicht doch ein bisschen eleganter, aber sei es drum. Ich hätte am Anfang auch so leichte Dark-Vibes, also am Anfang haben die alle wirklich so Depri geschaut, als hätten sich die Amis ein bisschen zu viel Dark angeschaut. Und dann sind im Verlauf des Films auch die Charaktere ein bisschen aufgetaut. Und ich bin ja derjenige aus der Runde hier, der glaube ich Nolan am meisten mag und gebe trotzdem genau das zu, was du auch gesagt hast. Also klar, hier sind Exposition-Points dabei und die werden nicht wahnsinnig kreativ gelöst, aber dadurch, dass zumindest visuell auch noch was angeboten wird, wird so ein bisschen dieses Show-Don't-Tell so ein bisschen, ja sagen wir mal, so ein bisschen aufgefangen. Also es ist nicht ganz Nolan, der einfach eine Figur das erzählen lässt und keine Bilder dazu liefert, sondern es gibt auch noch Bilder dazu. Und das macht er schon deutlich geschickter, wobei ich auch sagen muss, wenn wir so die beiden als so schöpferische Brüder im Geiste sehen, sehe ich da doch auch durchaus Parallelen, was so die Andeutung von auch aktuellen Themen angeht. Sei es Ökonomie und Ökologie, das sind aber auch wie bei Nolan vielleicht sogar noch ein bisschen geschickter, sind sie angerissen. Es wird aber nicht weiter vertieft und dennoch hast du nicht das Gefühl, da hätte sich jetzt aber mehr gebraucht oder da muss er sich deutlicher positionieren zu aktuellen Bezügen. Denn das ist immer noch Genre-Film, das ist immer noch Sci-Fi und Fantasy und das fand ich sehr angenehm. Denn da gibt es doch die eine oder andere Sache, gerade auch was so diese Handelsbeziehungen angeht und man könnte da auch so kapitalistische Kritik drauf machen. Und das macht er aber nicht und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ja, also ich finde auch, ich kam aus dem Film raus und hatte auch dieses Gefühl, okay, da steckt so viel drin auf so vielen Ebenen, aber ich muss da auch ehrlich zu mir selbst sein, ich konnte das nicht erfassen bei der ersten Sichtung, weil ich, ja, Phrasenschwein hier bekommen, so weggeblasen war von dem Film. Ich bin so auf so einer Welle gesurft, sage ich mal, jetzt zweieinhalb Stunden lang, aber der Film, der bietet schon wirklich viele. Und ein paar Sachen sind auch sehr offensichtlich, also gerade wenn Baron Harkon halt über Profit redet oder so, aber ich bin da auch voll bei Timo, das schafft der Film wirklich ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünft-Sichtung, das auf jeden Fall so. Jetzt wollen wir aber vielleicht mal über die Schauspieler reden. Es wird sehr wahrscheinlich viele Leute geben, die sich darüber beschweren, dass Schauspieler XYZ hier zwar auf dem Plakat drauf ist, aber im Film irgendwie gefühlt nur zwei Minuten über die Leinwand läuft. Was habt ihr erwartet? Also, ich stelle mir wirklich diese Frage ganz oft, wenn du so Filme hast, wo ganz viele Stars mitspielen, wo ich denke, was habt ihr denn erwartet? Der Film geht so und so lange. Mich stört das nicht. Hat euch das gestört, dass einige Darsteller nur ganz kurz zu sehen sind? Nein. Überhaupt nicht. Vor allem, es gibt ja auch gewisse Charaktere, die stehen mehr im Fokus und dann gibt es so Charaktere wie Duncan Idaho, also Jason Momoa, der halt wirklich nur der charismatische Hau-drauf-Dude ist. Und mehr Charakterisierung braucht er nicht. Also, es wird genau die Charakterisierung eingeräumt, die die Charaktere brauchen, um diese Welt voranzutreiben, weil so gesehen ist auch der Wüstenplanet ein Charakter, der hier großartig inszeniert wird. Wobei ich sagen muss, dass ich den Duncan Idaho schon durchaus nett durchcharakterisiert fand. Also, es war für mich jetzt nicht nur bloß so der muskulöse Soldat, sondern der hatte ja auch schon so eine Big-Brother-Attitüde für die Hauptfigur Paul-Dotreides, oder? Ja, und ich finde auch, dass man sich dieser Illusion nicht hingeben darf, dass man bei einem zweieinhalb Stunden Film, wie du es richtig sagtest, dass da jetzt, ne, das ist ein richtig krasser Cast, das muss man ja mal sagen. Aber das kann ja einfach nicht sein, dass da jeder seinen Moment, und jetzt gehen wir auch davon aus, dass es weitergeht, seinen Moment im ersten Teil einer, sagen wir mal, Reihe bekommt. Was ich krass finde, ich habe wirklich, ich glaube, erst in der dritten Szene gecheckt, dass das Dean Skarsgård ist. Das habe ich erstmal nicht erkannt. Ich habe gedacht, ich kenne den, ich kenne die Stimme, aber wer ist denn das? Und ich wusste das nicht mehr, dass er da mitspielt. Und dann irgendwann dachte ich, ach, das ist Dean Skarsgård, alles klar. Die große Frage hatte ich vorher, ich bin nicht der größte Timothee Chalamet oder Chalamet, vielmehr Fan. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob der diesen Film tragen kann, so als, ja, auch auf seinen sehr, sehr schmalen Schultern. Und muss sagen, er kann es, er muss es zwar auch nicht über die ganze Länge machen, da ist die Castgröße, unterstützt ihn. Und die, wie immer, wie ich finde, großartige Rebecca Ferguson ist hier um einen weiteren Eintrag in ihrer Filmografie, wo ich sie wirklich außerordentlich gut finde. Da ist der Eintrag, äh, ein Eintrag reicher geworden. Und wie ich halt wirklich abgefeiert habe, aber ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich glaube, einfach nur aufgrund dieser, dieses Pathos und dieses, dieser Gravitas ist Oscar Isaac. Also, ja, in dieser Rolle, muss ich glücklich sagen. Ich bin ein großer Timothee Chalamet-Fan, ich habe bislang nichts gesehen, wo er mich nicht komplett abgeholt hat, überzeugt hat. Aber hier ist es wirklich famos, also, ich fand den so großartig in Dune. Das hat mir auch wieder bewiesen, ja, man kann große Schauspielkunst und Blockbuster unternehmen, kann man kombinieren. Es geht. Und das zeigt Dune wirklich hervorragend. Rebecca Ferguson, auch Wahnsinn, hätte ich nicht erwartet, dass sie mir so gut gefällt. Also, der ganze Cast ist wirklich toll. Also, es gibt niemanden im Cast, wo ich sage, boah, das hat mir nicht gut gefallen. Das Einzige, was ich vielleicht markieren könnte, nichts gegen Stanley Skarsgård als Baron. Aber ich kenne halt den David Lynch-Film. Und da ist der Baron wirklich nochmal viel widerlicher. Bei David Lynch hast du das Gefühl, dass selbst die Kamera diese Figur zum Kotzen findet. Das fehlt mir jetzt hier ein bisschen. Also, nicht falsch verstehen, Stanley Skarsgård macht das gut. Der hat eine unglaublich tolle Präsenz und die paar Szenen, die er hat, sind auch sehr ikonisch. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, vielleicht war da einfach so dieses PG-14-Film im Weg. Aber das ist jetzt wirklich nitpicking. Also, bitte nicht falsch verstehen. Auch Stanley Skarsgård macht einen guten Job. Aber der Baron ist halt bei Lynch einfach nochmal so richtig schön krass. Ich fand aber Stanley Skarsgård, so wie er inszeniert wurde, ich hab da auch gemerkt, der hätte auch aus einem Stephen-King-Film sein können. So mit dieser auch übernatürlichen Art, die er reinbringt und fast immer nur am Fressen oder am Drohungen ausspucken. Das fand ich klasse. Bei Rebecca Ferguson fand sich das auch cool. Das ist so mit einer der meist unterschätztesten Schauspielerinnen, die wir haben, obwohl sie eigentlich ein ziemliches Talent hat, dass die hier richtig gut auftrumpfen konnte. Und Timothy Chalamet, der bringt die meiste Zeit, die er hat, diese innere Zerrissenheit, die sein Charakter eben hat, auch wirklich gut rüber. Aber wisst ihr, wer für mich der eigentliche Hauptstar ist des Films? Der Kameramann Greg Frazier, meine Fresse, Greg Frazier, wenn du das hier hörst, du bist ne geile Sau. Ist er auch, hast du recht. Der hat ja schon vorfällig tolle Arbeit geleistet, hat zum Beispiel Rogue One gemacht. Ich glaube, er hat seine Karriere so auch angefangen mit Gareth Edwards oder Evans. Ich verwechsel immer Gareth Evans und Edwards. Edwards ist der Monster und Godzilla 14er, den meinst du, ne? Genau, ja, dankeschön. Greg Frazier, der ja hier so ein bisschen Roger Deakins ersetzt, der ja keine Zeit hatte, weil er, glaube ich, 1917 gedreht hat oder irgendwie sowas. Nichts gegen Roger Deakins, auch ein famoser Kameramann. Aber diese Bildsprache bei Dune, sie wirkte zum einen frisch, zum anderen wirkte sie auch immer so ein bisschen, nicht falsch, aber so ein bisschen verbraucht, so ganz seltsam. Es wirkte nie so richtig hochglanz, aber das macht es interessant. Und es wurde ja schon gesagt, dass dieser Film bei HBO Max erscheint. Wir in Deutschland haben HBO Max nicht, aber das heißt, dass ihr den Film wahrscheinlich auch über irgendwelche VPN-Kanäle relativ zügig dann auch im Internet gucken könnt. Und Leute, wenn ihr das macht, dann dürft ihr nicht sagen, dass ihr Dune gesehen habt. Oder nein, ihr habt Dune gesehen, aber ihr habt ihn nicht erlebt. Weil Dune, und das ist jetzt für mich vielleicht der goldene Punkt an dem Film, warum ich wirklich sage, ich liebe dich, dieser Film ist Kino. Das ist pures Kinoerlebnis und dafür bin ich so dankbar. Guckt euch den bitte im Kino an. Wenn ihr euch nur ein bisschen Interesse habt für diesen Film, geht ins Kino. Und bitte wartet nicht drei Wochen, geht so schnell wie möglich, damit ihr den in einem großen Saal sehen könnt, mit einer großen Leim und einer großen Soundanlage. Ich habe fertig. Ja, das ist wirklich die Agenda, die ich dahinter habe. Ich habe ja einen Tweet abgesetzt, gleich nach der Pressevorführung und auch bei Instagram was gepostet und bekam als erste Reaktion quasi so eine Kritik, so nach dem Motto, man würde zu Hause ja nur 20 Prozent des Feelings verlieren. Und da habe ich nur entgegnet, also wenn es einen Film gibt, den man im Kino sehen muss, dieses Jahr ist es Dune. Das ist nicht ein Suicide Squad und das sind nicht die ganzen Marvel-Sachen, sondern das ist wirklich das. Und das ist dieser Film. Und da fand ich wirklich die Replik des Users, ist nicht böse gemeint, aber ich mache das seit sechs Jahren so. Ich gucke die Filme auf Blu-ray zu Hause. Ich gebe das total recht. Also man muss das zumindest einmal, wie ich finde, im Kino erlebt haben und das auch bitte tun, damit wir von Dune einen zweiten oder mehrere Teile noch bekommen. Es ist wirklich, ich bin auch total egoistisch. Ich will das haben, gehe auch nochmal rein hier in privater Gesellschaft hoffentlich und habe richtig Bock auch auf eine Zweitsichtung, ähnlich wie es du. Also ich bin richtig heiß nochmal in diese Welt einzutauchen und werde wieder rausgehen und denken, oh Mann ey, ich will jetzt eigentlich am liebsten, am liebsten hätte ich so wie bei Herr der Ringe, dass ich wüsste, nächstes Jahr kommt der nächste Teil. Und ein Wort noch zu Greg Frazier. Ich habe wirklich nach der Vorstellung nachgeschaut, weil ich mir nicht sicher war, ob es Roger Deakins war. Also man kann als Kameramann ja den Stil eines anderen Kameramanns nicht nachkopieren oder nachäffen. Aber ich hatte ein komplettes Wahnsinn, wie gut das aussieht Gefühl und ich habe sofort gedacht, das muss Roger Deakins gewesen sein, den ich überall in dem Maße schätze, der mindestens fünf Oscars zu wenig hat, aber das ist nur ein anderes Thema. Vor allem, wir haben das jetzt mehrfach auch gesagt, bei der Kinosichtung, wir wurden regelrecht erschlagen. Ich habe das alles gar nicht in mir aufsaugen können, was da in Details auf mich eingeprasselt ist. Eine Zwutsichtung wird mir da auch helfen, das besser einordnen zu können oder die ganzen Details zu würdigen zu wissen und dann auch gewisse Nuancen bei gewissen Schauspielern besser schätzen zu wissen, weil das war wirklich bombastisches Kino, für das man ins Kino sollte. Wir haben die visuelle Seite schon angesprochen, dann nehmen wir noch die auditive dazu und man kann von Hans Zimmer halten, was man will. Ich weiß, der hat nicht nur Fans und ich finde, es sagt alles, dass er für Dune und für das Komponieren dieses Soundtracks gesagt hat, mein lieber Christopher, ich wünsche dir alles Gute, aber ich kann nicht. Also das ist ja nun mittlerweile eigentlich der Nolan-Hausen-Hof-Komponist geworden und der dann aber sagt, nein, ich möchte Dune vertonen, ich habe diese einmalige Chance und ich möchte das machen und kann mich an keine akustische Untermalung jetzt genau erinnern, aber ich weiß, dass ich im Kino saß und dachte, das verschmilzt gerade Bild und Ton zu einer Einheit und das habe ich ganz, ganz selten. Also ich muss sagen, ich bin kein großer Hans Zimmer-Fan. Als Beispiel würde ich ja immer wieder gerne herangezogen, dass der Interstellar-Soundtrack so toll sein soll. Ich finde ihn furchtbar. Ich liebe ihn. Ich sage dazu immer ganz liebevoll, Interstellar-Soundtrack ist Hans Zimmer bumst ein Orgel. Und ich muss auch sagen, zu Beginn bei Dune dachte ich mir, oh, es wummert und brummt wieder. Da hatte Hans wieder irgendwie seine Vibrationsphase. Aber das änderte sich relativ schnell und dann, wie du gesagt hast, vermischte sich das so zu einer ganzen auditiven, visuellen, mega super geilen Einheit. Und wie gesagt, ich bin kein Hans Zimmer-Fan. Ich sage nicht, dass alles, was der Mann macht, das scheiße, Gott bewahre. Aber Dune hat er wirklich abgeliefert. Kann ich nicht anders sagen. Ich war auch komplett begeistert. Ich kann mich jetzt auch nicht so wirklich direkt an ein bestimmtes Stück erinnern, aber so als Einheit ist das halt einfach, ja, Prestige. Dieser Soundtrack, der nimmt ähnlich wie der Film dann relativ schnell auch an Fahrt auf und dann peitscht er einen ähnlich wie Sicario damals regelrecht durch den Film. Ich kann mich jetzt auch nicht großartig an irgendwelche Stücke erinnern, aber der Soundtrack peitscht einen ähnlich wie der Film dann irgendwann richtig durch. Also irgendwann löst er die Handbremse und dann rast er nur so durch. Ich hätte noch einen Kritikpunkt tatsächlich. Jetzt haben wir so viele rumgelobt. Ich hätte noch was Negatives, in Anführungszeichen. Es wird ja viel gelitten in Dune. Es ist ja schon Shakespeare-esk, was da abgeht. Und es wird der Vorlage ja auch immer so angekreidet, es wird dem Film jetzt auch angekreidet nach seiner Premiere in Venedig, dass der Film halt humorlos ist. Das stimmt so ein bisschen, wobei ich auch dazu sagen muss, wenn man einem Film sagt, der ist humorlos, bedeutet das nicht, dass man erwartet, dass da jetzt irgendwie drei Comic-Reliefs rumlaufen, die alle zehn Minuten Gag machen. Aber es stimmt schon, der Film nimmt sich sehr, sehr ernst. Ich habe nichts dagegen, aber ich finde halt, dass wenn dann Dialoge dazukommen, dass es dann manchmal ein bisschen Hölzern rüberkommt, weil dann selbst so emotionale Sachen, die gesagt werden, manchmal so wirken, als würde jemand irgendwie die Gebrauchsanleitung von irgendeinem Hightech-Gerät vorlesen. Es ist jetzt nicht so, dass mir der Film verkrätzt, aber es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, irgendwie sind das jetzt so die Art von Emotionen, die mich jetzt eher kalt lassen. Nichtsdestotrotz ist dieser Kritikpunkt bei mir eher im marginalen Bereich anzusiedeln. Vielleicht bin ich ja auch der Einzige hier in der Runde, der das so sieht. Wie sieht es bei euch aus? Das war einer der Gründe, weswegen ich mich gefreut habe, wenn Jason Momoa im Bild war. Der hat immer zumindest irgendwie so ein bisschen Witz mit reingebracht oder eine lockere Art. Mich hat das gar nicht gestört. Also ich muss sagen, dass mir gerade so in den Nebenrollen, also Dave Bautista ist ja auch nicht auf dem Kinoplakat drauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der ist ja auch so ein neuer Villeneuve-Intimus. Der ist ja ähnlich wie Nolan auch jemand, der dann gerne mit den gleichen Leuten dreht. Und wenn der seine zwei, drei Dialogzeilen, die er auch hat und mehr hat er nicht, da rausgrunzt und rausbrüllt, das kann man, also das kann auch in einem Film, der diese, ich sagte schon vorhin das Wort, diese Gravitas nicht ausstrahlt. Das kann da auch schief gehen und unfreiwillig komisch sein, aber es ist hier, finde ich, komplett das Gegenteil. Es nimmt einen so mit, ich habe mich einmal so erschreckt, wie ich mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben im Kino erschreckt habe. Und es war ein Dialog. Es war nur ein Satz, der fiel. Aber er wurde so rausgewemst, dass ich dachte, boah Gott, was ist jetzt los? Also ich weiß, glaube ich, aber was du meint. Also dieses, ich habe auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, hat Villeneuve so ein bisschen bei Zack Snyder sich das abgeschaut, auch was so die Zeitlupen angeht. Da ist schon sehr viel Pathos und sehr, sehr viel Schwere drin und es wird eigentlich vielleicht so durch ein, zwei mini kleine Witzchen, und das ist schon sehr, sehr nett gesagt, wird das aufgelockert. Aber ich hatte an sich mit den Dialogen, bis auf die Kleinigkeit, bisschen expositionslastig, wenig Probleme. Es liegt vielleicht einfach daran, weil die Verfilmung vielleicht ein bisschen zu ehrfürchtig ist gegenüber dem Stoff. Bei diesen vielen Fehlschlägen aber auch nicht weiter verwunderlich, dass man dann noch mit einer größeren Ehrfurcht drangeht. Lass uns mal Nostradamus spielen. Weil wir haben ja jetzt schon jetzt festgestellt, okay, das ist so der erste Akt, das ist so der erste Teil, sagt der Film ja selbst zu Beginn. Es sieht ja danach aus, also Villeneuve hat ja gesagt, das Drehbuch ist wohl schon fertig und sie könnten rein theoretisch 2022 drehen. Ob Warner aber grünes Licht gibt, liegt natürlich daran, wie erfolgreich der Film ist. Frage, das hatten wir eben schon ganz kurz behandelt, aber seid ehrlich, wie seht ihr die Erfolgsaussichten von Dune? Ich werde ein bisschen länger, ich hole mal ein bisschen aus. Der Film steht jetzt bei nicht vielen Bewertungen bei IMDb, aber der hat jetzt schon ein Rating von 7,3 bei 90 Bewertungen. Das ist alles andere als Erdrutschsieg à la Dark Knight etc. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Plan von Warner, den in Venedig zu zeigen, ihn dann in Europa rauszubringen und ich glaube, er läuft ja in den Start noch erst im Oktober an, also am 22. Oktober, wenn ich das richtig weiß. Und ich glaube, die Strategie war, der kriegt jetzt richtig Kritiker-Bars, der kriegt jetzt Rotten Tomatoes-Bars und dann spricht sich das rum und in den Starten komplett ins Kino, ähnlich wie Joker und schlägt einen wie eine Bombe. So die Strategie hat man ja vor zwei Jahren bei Joker gewählt und ich fürchte, die Strategie geht vollkommen nach hinten los, aus zwei Gründen. Erstens, das von mir schon angedeutete Kritiker-Echo. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei Last Jedi, die Kritiker finden ihn gut, die Kinogänger ein bisschen weniger als gut, vielleicht auch sogar milde enttäuscht. Und der zweite Punkt ist tatsächlich diese Strategie zu sagen, wir bringen ihn parallel in unserem Streaming-Portal raus. Ich finde das sehr, sehr ungeschickt. Ich finde das richtig dumm, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, was für wirtschaftliche Gründe da bei Warner eine Rolle spielen, um diesen Streaming-Dienst zu pushen. Nach meinem Verständnis ist HBO Max ja auch ähnlich wie Netflix früher mit einer ersten kostenlosen Gratis-Monats-Aktion zu beziehen. Und die Leute, die ihn dann sehen wollen, aber nicht ins Kino gehen, was ich in Pandemie-Zeiten auch total verstehe noch. Also das ist gar nicht böse gemeint, wer sagt, ich traue mich nicht ins Kino, ich möchte nicht ins Kino. Vollkommenes Verständnis. Aber diese Strategie geht, glaube ich, komplett nach hinten los. Und das zeigt auch für mich, dass Warner ein bisschen der Mood ausgegangen ist. Wir erinnern uns an Harry Potter, an das Franchise. Dort wurden Teil 7.1 und 7.2 am Stück gedreht. Wir erinnern uns natürlich an Herr der Ringe, alle drei Teile am Stück drehen. Natürlich trifft man sich noch durch diverse Anpassungen zu Nachdrehs, aber der Kern des Films ist gemeinsam, oder der Film ist gemeinsam entstanden. Und anscheinend hat Warner nicht die Traute und hat sich nicht getraut zu sagen, pass mal auf, Villeneuve, carte blanche. Du darfst, in Anführungsstrichen, dreh einfach den Stoff zu Ende. Und wir gucken vielleicht im Nachhinein, was wir daraus machen. Machen wir einen Zweiteiler daraus? Machen wir eine Trilogie daraus? Machen wir vielleicht sogar mehr daraus? Das schauen wir dann. Und so nimmt man sich, wie ich finde, diverse Möglichkeiten, um diesen Film komplett auch zu genießen. Weil man so, man sitzt da als Zuschauer drin, so wie wir, und hat das Gefühl, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wir kriegen jetzt ein Aperitif plus einen Teil des Hauptgangs. Also es ist ja nicht so, dass man rausgeht und denkt, so a la World of Warcraft oder andere Franchise-Beginner, die dann versandet sind, dass das mir nicht reicht. Nur ich habe jetzt halt so viel Bock auf mehr und ich fürchte, dass Warner, ein Konzern, der ja schon mit dem Team-Up Movie Justice League ist, vollkommen verkackt hat, vor vier Jahren, der es mit Joker richtig gut gemacht hat, marketingtechnisch. Der es jetzt versucht hat, wir machen das mal genauso und schauen mal, wo uns das hinführt. Und ich fürchte, es wird nicht gut ausgehen. Der Joker ist eine etablierte Marke, sogar die Oma da hinterm Bahnhof, wüsste wer Joker ist oder kann zumindest Batman wiedererkennen. Aber Dune ist halt wirklich etwas, das ist nicht etabliert und da könnte man leider richtig auf die Schnauze fallen. Ja, ich glaube, was auch wirklich Problem ist bei Dune, es ist halt Science-Fiction, aber jetzt nicht massenkompatibler Science-Fiction, sondern ich glaube Hard Sci-Fi wird das gerne genannt. Und du musst halt bereit sein, dich auch zu öffnen für diese Welt, weil du kannst auch, glaube ich, komplett sarkastisch, ironisch dich da hinsetzen und alles zerreden, was da gesagt wird. Ja, da kommen seltsame Begriffe, da sehen Leute komisch aus, die Raumschiffe sehen teilweise auch irgendwie komisch aus. Da kannst du so Witze machen wie, guck mal da, Pimmel im Weltall oder so, alles möglich, ja. Du musst halt wirklich bereit sein und auch Lust darauf haben, dich dieser Welt hinzugeben. Und das ist, glaube ich, auch schwer, weil es ist halt kein Event, sage ich mal, wie jetzt ein Marvel-Film oder was weiß ich, was da jetzt alles für Blockbuster waren. Das ist kein Suicide Squad. Das ist ein Film, der bietet dir wirklich ein Fest für die Sinne, aber er erfordert von dir halt eben auch, dass du ihn so hinnimmst, wie er ist. Das ist kein Film, der versucht, es allen Leuten recht zu machen. Das ist ein Film, der sagt, pass auf, das hier ist meine Nische, die bediene ich, die bediene ich hervorragend. Und wenn du keinen Bock auf diese Nische hast, das tut mir leid, dann bin ich nix für dich. Und das Krasse ist auch, dass er nicht ermöglicht in diesen eher dunklen Zeiten, ist ein großes Wort, aber ich kann nur wirklich, Etienne von den Rocket Beans sagt mal, er mag im Moment keine schwierigeren oder etwas komplexeren Filme sehen, die so ein bisschen darker sind, weil er sagt, diese anderthalb Jahre Pandemie waren schon dark genug. Und in dieses Klima rein, mit Dune reinzugehen, ist wirklich ein mutiges Unterfangen. Ich fürchte, das wird zum Scheitern verurteilt sein, weil wir haben auch keinen bunten Blockbuster, wir haben einen eher grauen Blockbuster. Und das Eintauchen in diese Welt ist damit verbunden, dass man nicht aus der Realität entflieht und danach denkt, Mensch, jetzt hatte ich aber eine gute Zeit. Sondern es ist eher ein, Mensch, ich habe hier ein richtig tolles Erlebnis gehabt, aber es ist kein positives, wahnsinniges, reliefendes Erlebnis. Also man hat da nicht so einen Moment, dass man denkt, boah, jetzt habe ich hier einen knaller Film gesehen und zwar auch noch so einen knaller positiven Film, sondern es ist eher so diese Grittiness, die da so drin ist. Und das kann vielen Kinogängern auch, glaube ich, vor den Kopf stößen und vielleicht auch sogar verhindern, dass sie reingehen. Das stimmt. Also Dune ist, glaube ich, so in seiner Bubble schon ein Franchise, eine bekannte Marke, aber es ist halt leider nicht gleichzusetzen mit Batman, Joker, Superman und wie sie nicht alle heißen. Leider. Und ich wünsche mir den zweiten Teil. Ich wünsche ihn mir wirklich sehr. Ich will aber ehrlich sein, ich glaube nicht, dass wir ihn bekommen werden. Es kommt noch ein Punkt hinzu, den ich ein bisschen bisher außer Acht gelassen habe. So diese Sci-Fi-Optik hat ja auch so ein bisschen was, ja, jetzt wollen wir nicht zu historisch werden, aber es sieht halt alles auch sehr, sehr gigantisch albert-sperrmäßig aus. Das heißt, es sind keine Schauwerte, bei denen man, wie ich finde, so ein gutes Gefühl hat, sondern es ist eher so ein, boah, jetzt ist aber so ein Raumschiff, sieht da halt auch so wumms aus. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ja, ich würde sagen, von der Bildgewalt hat das eher was von einem Historienfilm als von einem gewohnten Blockbuster. Ich finde, Dune ist ein ziemlich guter Star Wars Game of Thrones Hybrid, aber man hat dann halt die Comic Relief Charaktere rausgekürzt und die Farbentsättigung hat man dann auch nochmal deutlich zurückgedreht. Also das ist wirklich irgendwie schon was sehr Tristes, Depressives hat. Und du hast auch im Marketing, du hast gerade den Aspekt angesprochen, den ich, als ich aus dem Kino ging, sofort, die Assoziationen waren sofort, das war hier Star Wars, Herr der Ringe und Game of Thrones gemixt. Aber die Trailer haben mir das, ich habe auch nicht viele Erinnerungen an die Trailer, weil ich versuche im Moment einen Trailer so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Hat nicht gut geklappt bei Matrix, muss ich dazu sagen. Aber ich hätte das im Marketing halt auch mehr rausgestellt und da kannst du einem auf dem, ich glaube auf dem Hauptposter sind einfach, so wie bei Marvel, alle großen Figuren mit Namen und dann sind noch Namen dazu geknallt. Dann ist da die Wüste zu sehen und du denkst halt, wen soll das vom Baum locken und ins Kino locken, der jetzt sich nicht mit Film an sich beschäftigt, der nicht weiß, ah, Denis Villeneuve oder Denis Villeneuve, ich bin nicht gut in der Aussprache, wisst ihr. Das ist der von Sicario und das ist der von Arrival, das ist also ein, man sagt heute so schnell, visionärer Regisseur, aber er ist es, wie ich finde, tatsächlich. Er ist also in seiner Generation sicher einer der stärksten. Die ganzen Credits, also Kamera, audiovisuelles Vergnügen, Besetzung, es ist alles top und dennoch teile ich's durch Einschätzung, der Film wird's sehr, sehr schwer haben, aufgrund seines Einspiels zu einer Fortsetzung zu gelangen. Es wird dann so sein, dass Warner hoffentlich sagt, pass mal auf, Prestigeobjekt, wir brauchen auch sowas im Portfolio und wenn wir den bringen, dann bringen wir den ins Kino und dann haben wir für HBO Max irgendwann wieder einen Exklusivstoff, zumindest in den Staaten, denn ich bin mir ziemlich sicher, in den Staaten gibt's natürlich auch noch physische Medien, aber es gibt ja auch einen großen Streaming-Bereich und das bedeutet ja, wenn ich jetzt bei HBO Max meine Produkte stelle aus dem eigenen Haus, sind die ja woanders nicht abrufbar. Das heißt, ich besorge quasi so auf dem zweiten Wege noch exklusiven Content und ich hab so die leise Hoffnung, dass das eventuell noch ein Momentum für Dune sein könnte, wo er mehr Geld oder beziehungsweise auch mehr Potenzial seitens des Konzerns, Warner, und jetzt wollen wir nicht echt Produktionsfirma, das ist dann ein großes Wort, sondern es ist ein Konzern, der dahinter steckt. Ich hab da einfach Hoffnung. Es könnte vielleicht auch noch hilfreich sein, dass HBO Max ja auch eine Serie gerade plant, dieses Dune Sisterhood, wo die Bene Gesserit im Fokus stehen und die wurde wohl deswegen in Auftrag gegeben, weil die Bauten von Dune wohl so exorbitant groß und teuer waren, dass sie sich gedacht haben, komm, da können wir die nochmal benutzen. Und eventuell könnte diese Serie halt der Retter sein, wenn halt Warner denkt, okay, wir müssen halt diese Serie bewerben, wie können wir sie am besten bewerben, vielleicht machen wir doch den zweiten Dune. Wird zwar teuer, aber hey, wie du schon gesagt hast, Prestigeprojekt. Ich kann nur so viel sagen, ich habe mir selten so gewünscht, dass ich falsch liege mit meiner Prognose, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Was ich jetzt aber glaube, ist, dass wir relativ gut und ausführlich über die neuen Dune geredet haben und wir jetzt zu einem Fazit kommen können. Und ich würde sagen, wir vergeben heute mal 0 bis 5 Beichelproben. Und Patrick, fang du doch an. Also, ich hab mich auf diesen Film wirklich sehr gefreut. Ich hab genau das geboten bekommen, was ich mir erhofft habe. Ich will mehr von dieser Welt sehen. Wir sind halt wirklich am Anfang. Wir haben quasi einen Prolog bekommen, aber jetzt wirklich auf die Kacke hauen, könnten die wahrscheinlich erst ab Teil 2. Und wenn wir wirklich mit dieser Nostradamus-Einschätzung richtig liegen, werden wir den nicht kriegen. Also, das Ganze wird abgewürgt, bevor es wirklich starten konnte. Aber ich gebe 4 von 5 Spuckern da. Ja, ich bin bei 4,5 und es sind dieselben Gründe. Es kann sein, dass ich in 5 Jahren den auf 5 von 5 hochwerte, weil er dann als Trilogie oder Reihenanfang dasteht und einfach mir so viel Schmackes und so viel Lust auf mehr gemacht hat, dass ich den komplett abfeiern kann. So ist es halt nach wie vor. Die Kritikpunkte oder die 2, 3 kleinen Nitpicky-Sachen, die du genannt hattest, ja, die kann ich nachvollziehen. Die fallen bei mir nicht so schwer ins Gewicht, sondern bei mir fällt wirklich am schwersten ins Gewicht für diese 4,5 und verhindern die 5 von 5. Dass ich das Gefühl habe, wir müssten eigentlich noch mehr kriegen und es ist in Jeopardy, dass wir mehr kriegen. Ich gebe auch 4,5 von 5 Speichelproben, einfach aus den genannten Gründen. Dass das jetzt nur der erste Teil ist, ist mir relativ egal. Selbst wenn der zweite Teil nicht kommt, es bleibt halt ein grandioser Film. Ich hoffe halt sehr, dass er fortgesetzt wird. Wie gesagt, das letzte Mal, dass ich so mit so viel Euphorie und mit Dopamin im Blut aus einem Film kam, es ist schon lange her. Ich glaube, das muss wirklich Fury Road gewesen sein. Ich merke das immer, ich komme aus dem Kino raus und der Heimweg ist so, fühle ich mich so, als würde ich schweben bei einem richtig guten Film. Und bei Dune war ich wirklich schon sehr weit hoch in den Wolken. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber scheiß drauf. Dune, großartiger Film, bitte geht ins Kino, tut uns den Gefallen, bitte, 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 bitte. Und danke aber auch euch fürs Zuhören, damit sind wir hier am Ende. Denkt dran, ihr könnt den Teleschamp-Tisch unterstützen, schaut mal in die Videobeschreibung rein. Außerdem wäre es auch total toll, wenn ihr uns bei Spotify folgen würdet und wenn ihr uns eine positive Kritik da lasst bei Apple Podcast. Warum? Weil wir es verdient haben. Damit sage ich Tschüss, dann darf der Patrick Tschüss sagen und dem Timo gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao. Bisschen länger, aber scheiß drauf, Dune ist nur einmal im Kino. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Teleschamp-Tisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.